hobby theory doys wieder der bullfrog mit minecraft wie geht es bei uns weiter weiterschauen das ist hier die frage der richtung kämmer stürmer da sind nämlich nur das dorf dann schauen wir Moly in Richtung Erschuldigung Wollt und zwar den Fichtenwald Maybe fühlt man nämlich da auch noch mehr Dorf gibt es auch so ein Fichtenwalddorf war schon interessant schon wieder Hunde und ich habe keine genug an dabei also dorf sie geht es nicht immer einfach und da und da wollte ich es auch schon wieder tun und da und da wollte ich es auch schon wieder tun Hop Heia Hop Hahaha Oh Woher Irgendwann hat man jetzt Schuss da vorab weil ich glaube ich glaube ich habe das richtig Arbeit Hör Heia A Fuchs Jetzt gehen wir hohem Ich will aber nicht nach hause Spinnen. Ich glaube, das ist da jetzt vor dem Zuhörer geht. Das war nämlich eine Schatzkarte, aber ich weiß nicht, was wir richten, dass wir müssen. Kann man eigentlich auch mal suchen, die ich schätze, ist nämlich schon die zweite. Ich weiß nicht, wie ein Baumhaus. Und verschissen. Schauen wir mal. Okay. Ach, schon wiederum, den ich glückbar aus. Ich glaube, ich hole nämlich nicht die Welt. So. Hühlenwatten, einmal wieder ganz interessant, da die jetzt mal so. Das war einmal wieder so noch ein Abenteuer, ein Höhlengang. Also das Abenteuer selber gelangt uns nicht. Und Nervenkitzel. Und Ätschen. Und Plünderungen. Ja, jetzt. Wahrscheinlich haben wir nur ein. Und es wird finster. Finde ich nicht gut. Es gibt ein paar Sachen da. Ich habe mich schon mehr darüber gefreut, wie wenn es dunkel wird. Hup. Jetzt wird es dann nicht wieder losgehen. Das große Gemetzel. Das müssen wir schnell sein. Das müssen wir schnell sein. Das müssen wir schnell sein. Hundi. Ich muss ihn leider zurücklassen. Weil ich keine Genucher nicht dabei habe. auf. Es tut mir leid. Au. Okay. Drei genug habe ich. Jetzt muss ich nur schnell. Tschüss. Haha. Da nehmen wir natürlich gleich zwei. Mit. Wenn ihr den zweiten findet. Da ist er. Da ist er. Das ist das. Ah, das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. wort der külter aha schon mit zwei hundis es müssen wir es nur lebend aus der hölle aus der shop okay und mir hoffentlich müssen wir jetzt nicht schwimmen oder irgendetwas das ist verliert wenn du schauen es ist meine hundis konnte nicht ich kann nichts wegschmeißen der lust bist du irgendwann er ist vielleicht wenn du mich finden das ist an dem einen oder wo ist los meine hunde die haben einfach einen bisschen instinkt ich denke ich bin gut und wieder versaut ganz zurück und ganz zurück und wieder versaut und mir dies dojo amig kunden schlechtes knurren egal der wille zählt ja bogen schüttzen bogen schüttzen bogen schüttzen bogen schüttzen bogen schüttzen